Selbst wenn du mich in den schicksten Club in Kabukicho schicken könntest und mich in Dompi schicken würdest, würden meine Lippen versiegelt bleiben. Aber warum, Boss? Es ist streng geheim. Punkt. Ist das so schlimm? So kannst du es auch interpretieren. Ich habe in letzter Zeit so seltsame Gedanken, ist das jetzt so ein Traum oder nicht? Ja, so kann man es auch nennen. Ähm, oh, was ist mit Mizuki? Naja, die Ermittler sagen, dass sie seitdem kein Wort gesprochen hat, seitdem wir sie zum letzten Mal, also seitdem wir sie das letzte Mal gefunden haben. Die Ärzte sagen, sie sei traumatisiert. Sie kann nicht reden. Sie besucht gerade einen Spezialisten im Zentralklinikum. Momentan. Hast du sie ins Krankenhaus gebracht, nachdem wir sie gefunden haben? Ja. Warst du die ganze Zeit bei ihr? Also wie ein Beschützer. Nein, sie lebt nur mit mir zusammen. Das Mädchen, was wir in der Kirmes getroffen haben. Sie ist zwölf Jahre alt und aus der sechsten Klasse. Es gab gewisse Umstände, die uns, ähm, zusammengeführt haben und, äh, dementsprechend leben wir zusammen, aber wir sind nicht blutsverwandt. So ähnlich wie eine streuende Katze, die ihr Weg zu meinem Zuhause gefunden hat. Wie auch immer, bekommen wir gerade im Winter nichts von ihr. Okay. Ich hake noch ein bisschen nach, bezüglich das, was vor sechs Jahren war. Ich bin ein bisschen neugierig. Hör auf, Date. Wenn du mich weiter daraufhin nötigst, werde ich dich drohen mit einer, ähm, mit sexueller Belästigung. Das ist weder eine Belästigung noch das Sexuelle. Ich kann es aber sexuell machen. Boah, Alter. Äh, es scheint wohl so zu sein, dass du nichts dagegen hast. Weißt du, dann ist es wie, wo Ärzte zaubern können und Hunde Schilde tragen. Ja, das ist richtig. Ja. Oh, okay. Iva sagt gerade, ich kann deine Gedanken erkennen. Erinnere dich daran. Danke für deinen Input, Iva. Okay. Ähm, so wie ich das sehe, hast du hier den Raum noch gar nicht sauber gemacht. Wo denkst du eigentlich, wo du bist, Agent? Also, ich bin im Metro-Polizeigebäude in Kasumigaseki, Chiyoda-Distrik, Tokio. Untergrund. Wir sind sechs Etagen im Untergrund. Ja, und? Ja, es sind keine Fenster. Hier ist total stickig. Trocken und dunkel die ganze Zeit. Also, hab ich mir gedacht, mein Büro ein bisschen bunter zu gestalten. Das belebt hier den Ort ein bisschen. Ist wie eine Party, oder? Ich will einfach nur Spaß erleben. Oh Gott, ey. Oh Gott. Aber bitte, sag mir doch was mit dem... Bitte. Ich will jetzt wissen, was ist vor sechs Jahren passiert, Boss? Was ist vor sechs Jahren passiert? Bitte. Bitte. Bitte versprich mir, dass du das sein lässt, okay? Es ist wirklich ein sehr empfindliches Thema. Noch empfindlicher als meine Geduld. Also, vergiss es. Das ist ein Befehl, verstanden? Gibt es irgendwelche Spuren? Ich weiß nicht, ob das jetzt Hinweise sind. Was mit dem Eispickel? Den, den wir in Mizukis Hand gefunden haben. Also, wir konnten den Gegenstand zwar überprüfen, aber... Dieses Gerät wurde sozusagen nationweit sozusagen verkauft. Also, nationalweit verkauft. Von daher ist es ziemlich schwierig, den Käufer zu identifizieren. Damn. Verdammt. Wir konnten herausfinden, dass nach der Form des Eispickels und den Stichwunden zu urteilen, dass es auf jeden Fall zueinander passt. Auch haben wir herausgefunden, dass das Blut, was auf dem Eispickel war, das vom Opfer war. Geht für Mizuki echt schlecht aus. Das bedeutet wohl, dass der Eispickel die Tatwaffe ist. Ja, definitiv. Oh, ich kann immer noch fragen wegen der Sache von vor sechs Jahren. Boah, die frisst mir den Kopf ab. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's. Ich geb dich auf. Oh, okay. Ja, ich werd sie nicht nochmal danach fragen. Okay. Sie kann ziemlich... Also, sie kann manchmal ziemlich stur sein. Okay. Ähm... Renju Okura. Hast du Renju erreichen können? Er ist gerade in der naheliegenden Polizeistation und wird gerade ausgefragt. Er ist momentan nicht verdächtig, aber ist halt gewöhnliches Zeug. Renju ist Shokos... Also, die Frau, die ermordet wurde. Renju ist Shokos Ex-Mann und Mizukis Vater. Damit haben wir jetzt gerade erfahren, dass wohl die, die jetzt umgebracht wurde, die Mutter von Mizuki ist. Warum sollte sie ihre eigene Mutter töten? Okay. Nichts zu erwähnen, ist er auch ein guter alter Freund von mir. Ich frag mich, was Renju letzte Nacht gemacht hat. Ich hab ihn mehrmals angerufen, aber er hat nicht geantwortet. Hat er nicht? Nein. Ja, die lokale Polizei hat das auch schon versucht. Aber sie kamen auch zum selben Ergebnis. Sie konnten ihn erst so gegen morgens erreichen. Wir haben die ganze Situation erklärt und ihm Shokos Leichnam identifizieren lassen. Und natürlicherweise haben wir ihn dann Fragen gestellt. Okay, über den Eispickel. Einen Eispickel, welches Mizuki hatte? Die einzigen Abdrücke, die drauf waren, waren ihre. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein? Das wäre doch zu einfach, oder? Das wäre doch viel zu einfach. Ja, die Beweislage scheint wohl so zu sein, dass es alles gegen sie spricht. Hey, das könnte sie gar nicht machen. Das ist unmöglich. Nun solltest du dich beeilen und sie schützen. Sie ist dir wichtig, oder? Okay, gibt es vielleicht noch andere Informationen? Na, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall mehr Informationen über das Opfer Shoko Nadami erhalten. Steht wohl in der Datenbank. Aber ich denke mal, da sind gewisse Sachen, also da stehen Sachen drauf, die du schon bereits kennst. Naja, vielleicht auch nicht. Ich habe sie seit ungefähr über ein Jahr nicht mehr gesehen. Ja, aber du kennst sie, du hast sie trotzdem mehr gekannt als jeder andere hier in diesem Fall, oder? Das war auch Teil meines Grundes gewesen, dich, äh, darin zu involvieren. Nadami Shoko, 36 Jahre alt, weiblich, Wohnort Meguro Distrikt. Traf Date Kaname ungefähr vor fünf Jahren durch ihren Lebensgefährten Okiyora Renju. Date und Renju waren sogenannte Trinkkumpels, Saufkumpels, genau. Renju und Shoko haben ein gemeinsames Kind, eine Tochter namens Mizuki, die Hauptverdächtige dieses Falls. Und seit ungefähr vier Jahren, oder beziehungsweise vier Jahre später, haben sie sich scheiden lassen. Shoko, also beziehungsweise Shoko hat dann sozusagen ihren gebürtigen Namen Nadami nochmal erhalten. Ich sollte dir auch das hier geben. Es ist ein Bild von Shoko. Du wirst das gebrauchen, wenn du an Informationen gelangen möchtest, oder? Da du sowieso kein Handy hast. Ich hab Shoko's Bild genommen und hab's in meine Tasche gepackt. Ja, Geldbörse gepackt. Okay. Gut. Wir haben auch kein Handy. Und wir wissen, dass das auf jeden Fall zumindest eine ziemlich persönliche Sache ist, beziehungsweise eine persönliche Angelegenheit ist, um das Ganze aufzuklären. Konnten wir denn identifizieren, wer angerufen hat? Äh, die Person, die den Schrei gemeldet hat? Ja. Unglücklicherweise noch nicht. Ja, und was ist jetzt? Ja, die haben sich selbst sozusagen über das Telefon nicht identifiziert. Aber du musst doch irgendwie einen Ort gefunden haben, oder? Ich weiß nur, dass es ein gemietetes Handy war. Ein gemietetes Handy? Das ist aber merkwürdig. Das ist ungewöhnlich. Ähm, wer auch immer das war, er wollte uns, oder sie wollte uns, seine, beziehungsweise ihre Identität nicht mitteilen. Es könnte auch der Killer gewesen sein, oder die Killerin. Äh. Blopp. Was ist ein Kontrast? Das ist dieselbe Eimer, die wir vorhin im Traum gesehen haben, übrigens. Glupschi Power, ja. Hallo. Nein, nicht hallo. Ich hab gesagt, du sollst nicht so raus... nicht einfach so plötzlich rausploppen. Ich versteh dein Problem nicht. Boss kennt mich doch bereits. Nun, wie auch immer. Oh Gott. Oh, ich kann mich selbst sehen. Okay. Warte mal. Ich mach mal hier. Das bin ich. Ich kann mich nie dran gewöhnen, dass ich mich selbst sehen kann. Es ist so unheimlich. Und es ist ja auch nicht mein richtiges Auge. Alba ist mein linkes Auge. Und sie ist gerade außerhalb meiner Augenhöhle. Aber ich seh, was sie sehen kann. So als hätte ich mein eigenes Auge. Oh. Ihr Körper und das Terminal in ihrem Rücken, also beziehungsweise in den Rücken meiner Augenhöhle, sind sozusagen auch drahtlos miteinander verknüpft. Oh. Also wie Bluetooth oder was. Boss schaut Alba an. Okay. Hi, Alba. Mein link... Ach, hier. Mein linkes Augeapfel ist Alba. Sie sieht Sachen... Also sie sieht unterschiedliche Dinge als ich. Okay. Ich schau mich selber selber an. Ah, ich seh so geil aus. Ja, genau. Du siehst so geil aus. Machen wir das einfach mal. Ah, du gut aussehender, junger Mann. Ah, hör doch auf. Ist alles in Ordnung, Date? Vielleicht bräuchte er seine Medikation. Vielleicht bräuchte er seine Medikation. Was hat es mit meinem Auge auf sich? Auge. Hey, so... über mein linkes Auge. Ach, wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden. Okay. Seb, wieso bist du rausgekommen? Na ja, ich hab, äh... Ich brauch halt auch ein bisschen Ausdauer. Du verarschst mich doch, oder? Es ist ungefähr fünf Jahre her, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Eines Tages wurde ich im Kontrollraum, äh, geführt und Pewter, der Ingenieur, hatte es mir gezeigt. Naja, der offizielle Begriff lautet AI-Ball. Also kürzlich Intelligenz-Ball. Du wirst sie AI-Ball nennen. Diese kleine künstliche Intelligenz ist schon ein wahres Wunder. Eine autonome künstliche Intelligenz, geboren aus kollektiver Nanotechnologie. Die Fähigkeit zu denken, wird kontrolliert durch ein Programm, welches wir das Wadget-System nennen. Spezialagent Date, von nun an wird das ihr Partner werden. Bzw. wird das dein Partner. Sie wird von nun an dein persönlicher Computer sein und dein persönlicher Partner. Oh, waren da Frame Drops gerade? Und seitdem lebt AI-Ball in meinem Kopf. Sie sammelt Informationen und analysiert diese auch. Sie kann aber auch z.B. in sämtliche Netzwerke eindringen und in andere Computer hacken. Während sie in meiner Augenhöhle ist, kommuniziert sie sozusagen durch mein künstliches Nervensystem, also beziehungsweise durch das Nervensystem an meinem Gehirn. Und so unterhalten wir uns, ohne dass wir reden müssen. Okay. Interessant. Ist wirklich interessant. Äh, 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 äh. Hallo? Hallo, ich? Was? Wie?